Hallo, ich bin Lisa und das ist der Lockdown-Modell. Ich leite die Tresen hier. Ich schlafe das Personal, achte auf die Ware, dass wir alles immer da haben. Ich gucke ein bisschen aufs Geld, dass wir Wechselgeld da haben, dass die Kassen immer stimmen. Und immer auch, habe den Tresen so ein bisschen im Blick. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren und habe deswegen auch schon ein bisschen Erfahrung. Mir macht der Job voll viel Spaß. Ich habe ein gutes Team hinter mir. Jeder weiß, was er machen soll. Die Gäste sind entspannt. Wir hatten hier noch keine Ausschreibung. Mir macht auch immer gute Menschen einfach Spaß. Gestern war es noch mäßig. Es hätte für uns ein bisschen mehr sein können. Es fängt ja immer schon relativ früh mittags an. Da dauert es immer ein bisschen, bis die Gäste dann da sind und in Trinklaune sind. Aber die Sturmzeiten sind dann absolut danach unterliegen. Vor Mitternacht ist dann die Sturmzeit, das ist dann natürlich auch die Hauptex. Da wird dann natürlich sehr viel Bier verkauft.